Alles hübsch weihnachtlich zu dekorieren, schreckt Mutti auch vor dem lebenden Inventar nicht zurück. Auf der Suche nach dem idealen Haschisch-Keks-Versteck, darf sowas schon mal passieren. So ist das, wenn die Kommune kein Geld für Spielplätze hat. Die Kekse spielen in der grimmen Welt der Erwachsenen. Ach, die Jugend von heute. Ein Glück, dass das keine Dynamik-Kerzen sieht. Er kostet die Sache richtig aus. Der kleine Puno versteht mehr vom Leben als die ganzen anderen Schreihelde. Mit dieser Masche kommt sie immer durch. Noch. Kinder beschämen uns alte Knilche immer wieder durch ihre porzierliche, unbefleckte Putzigkeit. Gerade lernt die kleine Pzili, was es heißt, sich mal richtig zu konzentrieren. Och je. Naja, es gibt ja auch wichtiges.